Hallo Leute, nechster Part, Batman, Arkham Asylum. Jo, komm ich schon nach Gordon, man sieht ihn da hinten eine Ecke, den wir schon die ganze Zeit verfolgen sozusagen, weil er entführt worden ist, Oracle, dann Vater oder so. Eher nicht die Mutter, eher Vater. Ja, und wir sind hier hingekommen, Batman hat das Gitter schon so leise aufgemacht und der sitzt ja da hinten bestimmt nur, weil er müde ist und sich mal kurz ausruhen muss. Ne, ne, da geht's schon gleich rund hier. Ja, schauen wir mal, was rund geht. Scarecrow ist ja eben auch schon runter geflogen, ich hab schon den Detektivmodus an. Seh hier aber noch nichts, aber wer es glaubt. Oje, oje, ist schon so ein hoher Gang. Jetzt kommt nur ein großes Vieh. Was ist denn das? Gar nichts. Ja, na komm. Jetzt haben wir mal zwei Parts lang nicht unbedingt gefailt. Es tut mir leid, Trin. Wie? Tod? Och, leck. Barbara. Es... es tut mir leid. Ich kam zu spät. Ach, komm, das ist doch nur... der ist doch dem Gas ausgesitzt. Es tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Krieg. Ich bin gerade auch so leuchtende Augen hier. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Ich glaube, aus dem Lüftungsschacht kam ich. Ich bin gerade mal hier hinten rüber. Gut. Gut. Boah. Hör auf zu ruckeln. Zu. Sieht so aus. Ja. Dann kommen wir ja nur hier in die Richtung. Tomorrow, gleich ein Schauhaus. Was kommt denn da? Ist ja ekelhaft. Oh, mich juckt es überall, ey. Okay. Du solltest nicht hier sein. 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 Ja, ja. Du solltest nicht hier sein. 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 Krasse Droge, ey. Du solltest nicht hier sein. 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 hier ist es nicht hier sein hier oder was du solltest nicht hier ist es nicht hier das ist ja sehr gut wo muss ich denn hin hier sein so ist es Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Ach so. Irgendwie muss das ja weitergehen. Oh, ich kann meinen Detektivmodus nicht anmachen. Okay. Der Veteran geht. Ich gehe auch, aber mein Detektivmodus geht nicht. Boah, ich pack dich mal da durch. Ja. Vater. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Okay, wen haben wir hier noch? Mutter. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Und ich selber, he? Scarecrow. Der Tiefmodus geht noch nicht. Cool. Cool gemacht. Dann. Boah. Okay, dann müssen wir hier wohl drüberspringen. Okay. Dann müssen wir hier wohl drüberspringen. was. Okay. Jetzt bist du in meiner Welt. Und jetzt? Solange der nicht guckt, kann ich rennen, oder was? So aus, ne? Denke ich mir mal, ne? Oh, was? Ja, ich kann mal die Farbe rüber. Hier runterklettern, muss ich schon da runterklettern. Okay, hier rüber. Jetzt. Hä? Wo bin denn jetzt? Hast du Angst, kleine Fledermaus? Willst du zu deiner Mami? Ich muss schon mal hier runter, ne? Da kann ich schon mal nicht hin, denn hier runter geht auch nicht. Und dann? Da will ich noch. Welche sinds, was ich nicht hier? Oh, viel. Spiel. Schatz. Nice. Rush Vamish! Keiner da, kapiss dich. Bleibt der jetzt so oder was? Was versuchst du anzustellen? Scarecrow freigeschaltet. Das war aber eine coole Einlage. Hat mir Spaß gemacht. Yo. Okay. Gut. Ah, jetzt können wir den auch wieder benutzen. Was sagt unser Ziel? Bring Commissioner Gordons Mörder zur Strecke. Ja. Das soll eh nicht drohen. Kannst du mich hören? Bruce, was ist los? Oracle. Mir geht's gut. Was ist passiert? Ich hab den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Hm. Noch was? Es sieht nicht so aus. Rennen wir doch einmal schnell hinten rüber. Nö. Also ich sehe hier nichts. Ist auch egal. Lass mich da durch. Aha. Da war doch was am Boden. Drei Gegner geordnet. Äh, geordnet. 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 Und? Hä? Wo ist denn der Junter? Ja, scheiße. Es war's. Toll. Geordnet. 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 fl Hör zu, keine Tricks mehr. Noch ein letztes Rätsel und du kannst Norden haben. Und noch ein bisschen mehr. So, wo müssen wir hin? Hier geht's wieder zurück. Ach, da geht's da hin. Da kommen gerade geradeaus. Hier sind aber die Pfeile. Dann gehen wir vielleicht doch erstmal links. Das heißt, die Tür ist eh zu oder so. Könnte ich mir vorstellen. Nee, nicht zu. Ja, hm. Was wollen wir denn jetzt? Ach, komm. Immer diese Entscheidungen. Geh mal bei den Pfeilen nach. Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Leute, hier ist ein Speicherpunkt. Man sieht's hier unten rechts. Ich mach hier mal wieder einen Break. Wir sehen uns für den nächsten Part. Wenn's euch gefallen hat, ich bin über jeden Daumen froh, der nach oben geht. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Part. Ciao.